Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunogaming und heute spielen wir wieder wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23 und zwar die Karriere, da gehen wir auch erstmal direkt rein würde ich sagen und was ich am Anfang direkt sagen will, vielen vielen Dank an die 500 Abonnenten, es soll eventuell für euch jetzt schon gestern ein Abonnenten Special gekommen sein, also da habe ich mich glaube ich auch bedankt, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr, ja aber ich glaube ich habe mich da auch bedankt, also falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne trotzdem nochmal angucken, der Link ist dazu in der Videobeschreibung oder falls ich nicht so dumm bin und das vergesse, müsste einfach drauf gehen, ja ich denke aber ich bin schlau und hat es da drauf gemacht. So, wir gucken uns hier erstmal an, was so Neues hier aus der Welt gibt, Halloween ist hier anscheinend, gerade war bei uns tatsächlich schon, achso das bin ich, habe mich schon mal gewundert, ey, da sieht es irgendwie genau gleich aus wie ich, ok gut, ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, schaut einfach mal, das ist Abonnenten Special, da habe ich mich auch tausendmal bedankt, ja. Schaut es einfach mal euch an, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort einfach mal ein Like und ein Abo da lasst, natürlich hier auch ein Abo und ein Like, aber man kann ja eh nur einmal abonnieren, ne, auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr das macht. Schaut auch übrigens dieses Video bis zum Ende an, das würde mich auch freuen, ähm, ja, so, Schusstraining oder was? Ja, okay, gut, machen wir weiter, Training brauchen wir jetzt nicht. Wenn dieses Spiel hier hält, was sich alle davon versprechen, dann wird uns diese Partie noch lange in Erinnerung bleiben. Jetzt erleben wir es. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde, wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wohlfuß und der Kollege von Fußballspann werden sich wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten, wir setzen das bei einer Partie in der Saudi Pro League. Ich glaube, das wird spannend, das wird interessant, das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert, das wird hoch lassen. Ich habe übrigens die Spielmodi mal auf, äh, die Spielmodi, äh, das Dings mal übrigens auf, äh, tatsächlich auf, äh, irgendeinen schweren Schwierigkeiten hat es gerade gestellt, weil es tatsächlich nicht einfach so einfach war. Gut, ist jetzt auch noch einfach, aber ich habe, oh. Auf jeden Fall ein bisschen höher, äh, geschwächt. Ja, das war tatsächlich... Das gebe ich auch zu. Wir haben gestern auch Fußball in der Schule gespielt, also für euch ist es gestern gewesen, für mich war es heute. Weil ich nehme die Videos immer einen Tag vorher auf, bevor die halt online kommen. Das ist bei mir immer so. Weil sonst würde letztendlich kein Video online kommen, weil ich in keiner Zeit hätte das. Junge, du hättest auch zu mir schießen können, Nummer 8. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für Sie. So. Ja, Junge. Bei mir klauen die immer die Bälle. Gefährlich jetzt. Was für eine Chance. Ja, war nix. Kann man noch mal eine rauspannern, ne? Junge, wie dumm ist denn die 14, also... Gebt ein Wurf. Wer war... Ich wäre... Würde wahrscheinlich gestern auch irgendwie online gekommen sein. Äh, live gegangen sein. Oder halt... Ja, für euch erst heute. Mal gucken. Weil ich will, äh, auf jeden Fall noch ein 500 Abonnenten-Dingsbums machen, denke ich. Oh. Wenn so ein Volley reingeht, steht der Start. Der ist ein bisschen hoch. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt... Ja. Also eventuell werde ich auch live... Screamen. Äh, entweder... Schon gestern oder halt... Für euch dann erst... Samstag. Ah, Ballverlust. Mal gucken. Oder gar nicht. Mal gucken. Kommt drauf an, wie... Die Zeit tatsächlich ist. Ähm, ja. Schaut also einfach mal... Wenn ihr euch vorbei abonniert... Auf jeden Fall den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr das auf jeden Fall auch nicht. Ich werde da ein bisschen Minecraft-Screen. Ähm. Ja, auf meiner... Auf... Auf dem Projekt... Er steht richtig... Und stellt so den Kassen zu gut gemacht. Ist so ein kleiner Server von... Mein Freund in der Schule. Der hat den nämlich... Auch finanziert. Also geht da auf jeden Fall auch Grüße raus an ihn. Der gute alte Mike. So heißt er. Geht da mit vollem Einsatz zu machen. Er hat das Ganze finanziert. Und, ähm, auch ein bisschen... Ja, also er hat das komplett selber bezahlt. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus. Sind enorm aktiv. Also mit diesem... Moment. Jetzt könnte es gleich krachen. Der Ball ist noch heiß. Oh, Junge. Genau. Er hat das finanziert. Ähm... Also schaut doch mal gerne vorbei. Ähm... Dazu. Das könnte gefährlich werden. Sehr gut vor allem der Spieler. Aber der musste ja auch ran. Ja, Junge. Ja, das ist mir. Danke. Ja, setzt sich schön durch. Da ist die Chance. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihm ja natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Ja, ja, ja. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Ey, ich hab den Ball auch getraut. Blödes Spiel. Nein. Da muss er hin und holt sich den Ball. Junge, schießt doch nicht zum Gegner. Also jetzt mal ehrlich. Eine Minute wird jetzt nach oben aufgepackt. Klasse Chance jetzt. Den Hälter... Ach, schade. Ecke kommt's. Boah. Ey, ich wollte gerade schießen. Was war das denn? Naja. Perfekt. Erste Halbzeit auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore ich jetzt ummacht habe. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich glaube, zwei oder ein Tor. Zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt. Ein oder zwei Tore. So dominant auftreten können. Ist er gerade ernsthaft an ihm vorbeigelaufen? Nee. Aus. Aus. Boah. Erf. Mehr. 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 Nein. Für den. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ja. Nein. Wichtige Aktion. Ja. Das ist gut. Das ist super gut. Platz zum Kontern. Das ist schlecht. Ballverlust. Kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Ja. Energischer Vorstoß. Na ja, aber das ist auch nichts von Lachstorne. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Ja. War auch viel zu weit weg. Was liegt. Der Kommentator. Spiel mal selber auf dem Spielfeld. Gute Chance. Na, da hat er aber eher nicht mitgebracht. Hier. Die Ecke kommt rein. Mann, der ist immer zu hoch. Aber wenn man so ein Ding kommt, dann ist es sehr frustrierend. Boah. Also der Kommentator. Wir geben ihm ein bisschen auf den Sohn. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja. Mhm. Das könnte die Gelegenheit geben. Boah. Ja. Da sind wir in der Ecke, ne? Jetzt wird hier gewechselt. Jetzt die Ecke. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Hier. Da konnten sie nichts draus machen. Er kann sich durchsetzen. Boah. Das war man. Das ist gut. Boah, stell mich doch nicht. Mann. Und nochmal Eckball. Aber der Ball ist weiter gefährlich. Ja, komm nicht. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hat. Nee. Es gibt einen Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus... Warum schießt er zum Gegner? Er schießt einfach zum Gegner, also. Es gibt noch eine Viertelstunde zu spielen. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, ich kann halt nicht mehr rennen, also. Hä? Öh? Ich hab mich mal geschossen. Der hätte einfach zu mir schießen können, aber er ist zu behindert und zu unfähig. Kurz vor dem Schlussfeld steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Bube. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Jetzt aber. Ja! Am! Egal, egal. Ja, das wäre durchaus unmöglich. Das macht er sehr gut. Ich bin ziemlich fähig, mit irgendwas zu tun. Ey! Mein Dings wird einfach gestoppt. Das war ein Attentat. Schönes Zuspiel. Scheiße. So. Nee. Leute, ich muss mal kurz hier einen Cut setzen. Ja, das ist halt immer das Problem bei Ähm, Dingens. Wenn man hier nur das überträgt, dann passieren halt Internetfehler. Aber das Spiel ist eh gleich zu Ende, also. Ist jetzt nicht so so agisch. Wenn wir sagen, dass es jetzt etwas passiert, tut man auf jeden Fall leid dafür. Ah. Okay. Oder gar nicht, weil das Spiel ist schon fest. Ey, weil das Spiel ist schon fest. 4 zu 0. Geil, geil, geil. Ich glaube, in diesem Ding gibt es keine Turniere, also praktisch keine Trophäen hier, weil die irgendwie immer nur Testspiele machen. Glaube ich. Ding, 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 ding. Eine glatte 10 mal wieder. Bam. Bam, bam, bam. Weiter. Ah, doch, das ist ein Monsch. Irgendwas Ding. Steht da. Keine Ahnung, was das heißen soll. So. Let's go. Ja. Also, vielleicht kommt heute noch ein Stream. Ich denke mal, eventuell, habe ich den auch gestern schon gedreht. Ich weiß es nicht ganz, wann ich den mache. Also, entweder gestern, vielleicht ist er auch gestern schon gekommen, man weiß es nicht. Oder, dann kommt er dann heute. Oder gar nicht, also, könnte auch sein, dass ich das doch nicht schaffe, ein Stream zu machen. Vor allem, ich habe nicht mal alles eingestellt dafür. Könnte schwierig werden. Also, so sage ich euch, wie es ist. Könnte irgendwie schwierig werden, da irgendwie da hinzukriegen. So. Äh, holte einen Yoga-Coach. Ja, dort mal ja gerne. So. Verpflichte einen Privat-Coach. Ja, mach ich das auch noch und Baller-Dargeld auch nochmal raus. Und jetzt sage ich noch 13k. so, 50.000 und 64.000, glaube ich. Gut. Haben wir das doch schon mal gemacht. So, Training habe ich auch wieder, ne? Na. Gut. Machen wir jetzt mal hier weiter. Auswärts. Machen wir mal eine Aktivität, steht hier. Lies ein Buch über einen Firmenboss. Okay. Habe ich hier gemacht. Perfekt. Fertig. Ja. Danke. Gut, 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 gut. So, Training. Ja, Training mache ich einmal. So. Boah. Hat sehr viel XP gerade gegeben, habe ich gesehen. Okay. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Schaut euch dem auch mal in der Discord-Seite vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Gebt dem Video doch auch gerne mal einen Like, würde mich auch freuen. Schaut euch auf jeden Fall noch mal ein Abonnenten-Special an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ja. Hab einen traumhaften Tag. Haut rein. Euer Sandow. Ciao. 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 Ciao.